Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen geführt. Also für eure Sicherheit und die Schutz der anderen, probiere nicht auf jeden Fall die Stunts, die ihr zu sehen. Spanaro Spicy Chicken Nudeln mit 350.000 Scoville. Die haben wir letzten Sondag gegessen. Das war die mildeste Variante der Can or Not Challenge 2. Becher habe ich noch übrig. Ich möchte mich steigern. Wir haben einfach diese Ghost Pepper Spicy Chicken Nudeln und die Ghost Pepper Cheese Spicy Chicken Flavor Nudeln. Bei beiden steht drauf 1.000.000 Scoville. Auf der Skala hinter Ghost Pepper mit 1.000.000. Jetzt denke ich mir, dass die mit Käse vielleicht trotzdem noch mal milder sind als die ganz normalen in diesem schwarzen Bottich. Deswegen ist das der Endgegner. Und wir kümmern uns heute um die Dabuck Ghost Pepper Cheese Spicy Chicken Flavor Nudeln. Hier steht auch Dry Black Noodles. Was waren das? Das waren nur Dry Instant Noodles. Das heißt, diese Nudeln müssten nicht gelb sein, sondern schwarz. Schwarze Ghost Pepper Nudeln mit Chicken Flavor. Mit Cheese Geschmack. Spicy Chicken Flavor Cheese. Die Verpackung sieht richtig genial aus. Der Becher überall sind Geister drauf wegen dem Ghost Pepper. Überall sind scharfe Ghost Peppers abgebildet. Und wir machen sie beim letzten Mal. Hier musst du mit der Gabel reinstechen, um das Wasser rauslaufen zu lassen. Vorne machst du bis zur Hälfte auf, um das Wasser reinzupacken. Und weil die schwarz sind, möchte ich die heute wirklich mal auf den Teller packen, dass ihr die Nudeln auch seht. Jetzt aber erst mal Wasser rein, beziehungsweise machen wir hier das mal auf, das kleine Stück, damit wir hier wieder die Gabel haben. Wir haben hier wieder Soße. Heftig brutale, scharfe Soße. Eine Million Skouville. Und wir haben auch hier Käsepulver plus schwarze Nudeln. Sieht aus wie Kakaopulver. Weiter dürfen wir es nicht aufmachen. Da jetzt kochendes Wasser rein, abgießen und dann auf den Teller. So, kochendes Wasser einfüllen bis zur Markierung. Beziehungsweise kann man eigentlich auch über die Markierung gehen. Hauptsache die Nudeln sind im Wasser. Die Nudeln werden ein bisschen weich. So, jetzt möchte ich das Wasser abgießen. Dafür habe ich mir der Gabel einmal hier reingestoppt, dass alle vier Zacken da sind. Und dann könnt ihr das super genial einfach hier rein pinkeln. Das hätte man mit den Samyang-Töpfen auch so machen können. Ist mir nie bewusst gewesen, aber ist ja wahrscheinlich so gedacht, auch wenn man diese Samyang-Buldak in der Bowl hat, dass man hinten rein spießt und das Wasser dann einfach ablaufen lässt. Das Wasser ist jetzt abgetropft. Wir machen den Deckel jetzt mal ganz auf. Dann seht ihr auch, dass die Nudeln schön schwarz sind. So, und ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse die einfach trotzdem in dem Becher drin. Du siehst doch, wenn du mit der Gabel die rausnimmst, dass du schwarze Nudeln auf der Gabel hast. Das muss wirken. Das muss wirken. Und wenn nicht, wer sich die Videos nicht anguckt und dann keine schwarzen Nudeln sieht, der hat halt Pech. Jetzt machen wir hier die Soße drauf. Das heißt, wir schneiden hier das Beutelchen auf. Quetschen das hier rein. Guckt euch das mal an, wie fett, wie fett und musik das ist. Hier, wie auf dem Klo. Wie auf dem Klo. So sieht es aus. Das packen wir jetzt hier rein. Schön in Pflaumenmus. Ich bin gespannt beim letzten Mal. Ich muss ehrlich sagen, man hat es mir auch angemerkt, ich hatte richtig Respekt davor. Weil ich nicht, ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht. Ich habe noch nie großartig Videos auch darüber gesehen. Ich habe das nur mal irgendwie in der Anzeige gelesen hier. Dreierpack, so scharfe Nudeln. Hab die einfach bestellt. Die standen da jetzt rum. Und 350.000 ist halt schon eine Wucht. Im Gegensatz zu Samyang, wenn die gerade mal so 13.000 haben. Und Samyang sind ja schon richtig brutal manchmal. Und jetzt haben wir eine Million. Bei den anderen habe ich es überlebt. Ich habe es überlebt. Cheese ist bei Samyang sowieso meine Lieblingssorte. Deswegen bin ich mal gespannt, was das jetzt hier kann. Wenn hier auch dann so Käse, Käsepulver drin ist oder was auch immer. Drehen es rum, machen es auf. Doch, ja guck. Hier richtig schön Käsepulver macht man dann hier drauf. Es staubt wie verrückt. Es riecht gut. Es riecht auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir hier die schwarzen Nudeln mit der schwarzen Soße drin. Und dem Käsepulver. Jetzt mischen wir das Ganze natürlich rum. Also irgendwie muss man das jetzt rum machen. Das geht auf dem Teller sowieso ganz schlecht. Und wenn man hier auch immer die Soße dann so ein bisschen an den Rand schmiert. Und dann nimmt man das raus und packt es auf dem Teller. Dann hast du ja eigentlich die komplette Soße noch in dem Becher rumfliegen. Am Rand breit gedrückt. Natürlich wollen wir wieder gucken, dass wir den Becher essen können. Leer. Ohne zu trinken. Ohne Milch. Ohne neutralisieren. Aber guckt euch mal diese Nudeln an. Wie gefährlich die aussehen. Ich sehe sogar hier einzelne wieder wie so Chiliflocken auf den Nudeln, die sich da anstauen. Vielleicht sind es auch Reste. Ich weiß nicht, ob das in der Soße drin war. Es sieht auf jeden Fall sehr brutal aus. Sehr interessant. So, ich glaube, wir sind jetzt fertig. Wir nehmen jetzt mal eine Gabel und lassen die mal auf uns wirken. Beziehungsweise für das Thumbnail müssen wir das, glaube ich, nochmal reinhalten. Also, es ist alles runtergefallen. Man sieht auf jeden Fall Augen, man sieht Nudeln, man sieht den Becher. Und jetzt das erste Mal Ghost Pepper Nudeln in schwarz. Unglaublich guter Geschmack. Eine richtige Käsenote. Aber die Zunge brennt sofort. So dermaßen gerade. Das ist richtig brutal. Aber der Geschmack ist unglaublich. Wir müssen aber den Becher essen. Ja, wir müssen. Ja, wir müssen abholen. Aber von der Schmack ist mit Dörren zu schmeißen. Ja, ich glaube, ich habe den Becher. Für die Zunge wie bei den Ältesten. Also die Augen drehen wieder, der Mund brennt, die Zunge brennt, alles brennt, alles brutal, aber der Geschmack, ich glaube, das ist sogar noch besser als Samyang Cheese oder als Samyang Puldak Quattro Cheese. Von diesem Käsegeschmack, von diesem Käsepulver, das ist so unglaublich lecker. Der Beutel ist leer, der Becher ist leer. Das breitet sich jetzt alles noch schön aus, im Mund, im Rachen, Zunge, Lippen, die Wangen, alles ist rot, alles wird rot. Aber es ist okay, es ist okay. Du merkst es, du merkst, du lebst noch, du merkst die Schärfe, die Schärfe ist da, die Schärfe ist wirklich präsent. Der Speichel läuft im Mund zusammen, aber wir müssen nicht trinken, das geht auch so. Jetzt beruhigt man sich, man atmet tief durch, dann in 10 Jahren kann man irgendwann mal den Joghurt essen, damit man später keine Bauchschmerzen bekommt oder irgendwas. Aber jetzt zum Neutralisieren, erstmal nichts. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich natürlich die super leckeren Käse, meine Ghost Pepper Nudeln schon vorher gegessen. Aber einen Becher haben wir ja noch übrig, den schwarzen und den gibt es im nächsten Video. Hier steht auch extra nochmal drauf, Flaming Spicy Chicken Madness. Es ist der noch schärfer, er ist aus einer Million Ghost Pepper Chilis gemacht. Aber ist der schärfer, weil der Käse abgemildert hat bei dem? Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Das ist für Samyang Sunday, das ist eine Sonntags Premiere. Schönen Sonntag euch noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis ihr in Peace Out Vorhaut. Euer Ramses. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, trotzdem diese Ghost Pepper Cheese Nudeln in einem Becher von B-Bak, D-A-E-B-A-K, zu testen, zu probieren, dann macht das mal. Ich finde die trotzdem unglaublich lecker. Ohne Scheiß, ungelogen. Die haben einen wirklich super genialen Geschmack. Leider nur so eine kleine Portion. Ich hätte jetzt gerne noch mehr gegessen. Peace Out Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.